Hallo! Herzlich Willkommen zur ersten Germany Fundraising Party, die wir organisiert haben. Ich zeig euch mal ganz kurz, wie es hier aussieht. Also, wir haben jetzt sehr weihnachtlich eingerichtet. Vielleicht ist es ganz gemütlich, zumindest das zu machen. Und jetzt zeig ich euch mal die Bar. Hier sitzen zwei Leute. Hallo! Danke! Da ist Martin. Haben wir hier kennengelernt? Hallo Martin! Hallo Sarah! Nach dir wurde der Strand berannt. Da kann man nicht mehr viel sagen. Nein, ich bin auch sprachlos. Prost auf deutsches Bier! Ja, heute zur deutschen Fundraising Party. Und es gibt... Rotkohl, Klößen, Steak... Braten. Es ist ein richtiger Schmorbraten. Ein Schmorbraten. Und richtiger Soße. Ja, ein Weihnachtsgericht. Richtig. So, jetzt zeig ich euch mal die Bar. Danke, tschüss! Bye-bye! Hier, das ist unsere Bar. Das gibt's! Florian! Ja? Erzähl mal kurz. Ja, super! Ich mach grad zwei Kaipirofter. Sehr gut! Mit Strohhalmen. Ganz wichtig! Gibt's auch hier. Und einer ist von unserem Helfer. Asen. Hat uns heute eine ganze Menge geholfen. Kugelsüssen geholt. Und so weiter und so fort. Und der andere ist von einem Gast. Ein Gast! Ein Gast! Läuft alles ganz gut. Es gibt heute German Beer. Alkoholfreie Getränke. Und eben Getränke mit Alkohol. Wir haben auch diese schönen Muschelketten gebastelt. Für das Ambiente. Und, ähm, die Musik wurde leider von Nivans übernommen. Aber ich versuch mich da gleich mal durchzusetzen, um da ein bisschen andere Musik zu spielen. Und hier sitzen unsere neukaledonischen Freunde. Ich zeig euch auch einmal ganz kurz. Ja! Okay! Oh! Da ist Rusty. Und irgendwo läuft auch noch Hela rum. Und da ist mal wieder Mama! Video! Hallo! Okay! Das war's. Hier ist nochmal rein. Jetzt nochmal kurz hier die Essen-Station. Hier ist die Pasta-Station. Hier ist die Rotkohl-Station. Affa, sag doch mal kurz was. Hallo! Wie läuft's? Ja, läuft ganz gut. Läuft gut. Läuft gut. Okay. Bis dann. Tschüss! bei mir. Ich hab mich gesehen! But, ich hab mich gesehen. Meine Zeit noch mal kurz. Ich hab mich gesehen. Ich hab mich gesehen. Wir haben mich gesehen. Vielen Dank.